Was ist bei euch jetzt los? Bei wem? Okay, wann kommst du wieder? Da. Nee, irgendwie bin ich hier allein. Bin der letzte Hüter. Ein bisschen weiter hinter dir, aber sonst. Und dann beeil dich. Da bin ich jetzt eigentlich der letzte Hüter, das kann doch gar nicht sein. Doch, der andere ist nämlich hier bei mir. Ach so, oh, dann habe ich schon ohne euch gestartet. Der andere ist schon wieder tot. Ja. Rechts oben sitzt auch noch einer. Der ist gleich down so jetzt. Klar, da brauchst du echt so eine Mida oder sowas zum Backsnipen. Im Automatik. Wie geht da gar nix her. Guck mal, wie schnell umswitcht. Ah, geht schon besser. Ah, geht schon besser. Ah, geht schon. Wir werden die Valkyra einsetzen. Das ist was gleiche wie vorher. Aber sie braucht noch mehr Power. Wir werden Rasputins Kern überlasten und dann die überschüssige Energie mit dem Speer aufsaugen. Oh, da oben ist noch irgendwas Hexenartiges. Hier ist noch so ein fetter. Oh, steht denn der hier neben mir. Rausspringen. Ja. Cool dich, Marvin. Ja, danke. Oh, hier brennt's. Alles klar. Da hinten sitzt noch so ein riesen Teil. So was drehendes. Und mit dem komm ich auch nicht vorbei. In 8 Sekunden lebe ich wieder. Hm. Alter, da geht kein Schaden rein. Mhm. Öffne die Belüftungsschlitze der Inhibitoren. Und dann beschießt du sie mit allem was du hast. Jetzt. Achtung. Neuralnetzinhibitor ist offline. Kernenergielevel steigen. Dauerhafte Schwankungen führen zu kritischem Ausfall. Sämtliches Personal ist angewiesen Sicherheitsprotokolle zu initiieren. Nicht vergessen. Ein sicheres Arbeitsumfeld ist ein glückliches Arbeitsumfeld. Ich hab mich einfach hinter dir gesprungen. Aua, aula, 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 aula! War Einen da für fett ist, Versuh mal den Ritter zu fokusten, Aber drück dem halt nur 700. Mit einem Hit. oh shit ich drücke dem echt nur sechs hunden das ist dazu wie kann ich bekomme seltsame daten von diesem knoten ich muss mir das genauer ansehen oh nein jetzt da der inhibitor offline ist spielt das neural netzwerk verrückt ich versuche es zu stabilisieren verteidige den bereich ja Liegst du gut? Oh ne, du liegst überhaupt nicht gut Ah, hier sind nochmal zwei Wuttonen Oh ne Hexe Die heilen sich halt immer Vor allem sind zwei Ritter plus ne Hexe noch übrig Die Hexe dauerhaftes Schild Geschafft Das Neuralnetz ist online und bereit Jetzt zur Inhibitor-Lüftung Die Lüftungsstütze sind offen Oh ne, wenn wir jetzt echt den Endboss auch noch machen müssen Ah, wobei zu dritt Oh ne, das ist ja Oh ne, das ist ja Oh ne, das ist ja Wow. Hmm. Oh hell. Ah. Oh hell. Ah. Oh hell. Gute Arbeit. Begebt euch zum Kern bevor es kritisch wird. Jetzt wird eine neue Walküre geschmiedet. Die Walküre könnten wir jetzt wirklich gut gebrauchen. Wow. Läuft. Oh kot. Oh. Wir sind da noch ein bisschen mit Dreck, da kommt der Dicke wieder auf mich. Ja, dann ruhig und zu mir. Und was hast du gerade gesagt, Marvin? Der Dicke hier bei mir. Ja gut, ich kite ihn halt so lange um dieses Ding hier rum. Oh, er hat mich gemischt. Du hast aber lange durchgehalten. Hilf mir lieber. Jetzt hilf mir halt noch. Der Dicke hierher. Was denn? Der Dicke rennt immer noch mit mir her. Was? Die haben den zu dem alten Dicke gebracht und dann hat er den gekillt. Guck, da ist er. Da sind doch ein bisschen viele hier. Nein, da ist er ja schon. Oh, da ist noch so ein ganz dicker. Ja. Ja. Ich will erst die kleinen Mobs killen. Alter. So, ich guck mal, ob ich den großen Down kriege, okay? Hm? Stabilisiert. So, halt. Aber die Valkyre ist bereit. Na, der Dicke hat quasi nix mehr. Vielleicht ein Raketen noch auf den drauf. In Ordnung. Du musst die Valkyre in den Kern schleudern und eine komplette Kernschmelze verursachen. Eventuell ist. Komplette Kernschmelze initiiert. Wer diese Nachricht hören kann, befindet sich zu nah am Kern. Die Valkyre wurde erfolgreich aufgeladen. Aber wir haben scheinbar dadurch die ganze Einrichtung heruntergefahren. Schlechte Neuigkeiten. Ihr habt außerdem Rasputins Verteidigungssysteme deaktiviert. Ich versorge euch mit einem Weg zu Xol. Los. Beilung. Boah. 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 Boa, wo Truly You wallshaus! Boah. 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 Beilung. Come here. Go, Boah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 holy shit und schon wieder so viel Schaden boah du liegst aber richtig beschissen Kevin in die Orangen geht halt kaum was rein danke uh bitte also mit dem Schlag macht dem 1296 Schaden bei mir ich komm gar nicht über 1000 und damit steigt immer nur 100 dran der liegst aber einfach nur zu wenig deswegen kann ich mir grad ich mein ich glaub's dir natürlich aber wundert mich dann schon ein bisschen oder ich hab vielleicht ne andere Anzeige drin oder sowas also wenn ich dem dem wohl Orangen nennen in den Kopf schießt mit Crit dann macht der 5x 200 Schaden ne achso ne bei mir 114, 112, 115 halt noch ein wenig durch einer bringt das Neuralnetz wieder online den durchhalten bewegt sich halt auch so schnell das ist auch nicht ne Paketen war auch so wichtig laden ich darf schon aber auch nicht auf den Körper schießen Marvin immer auf den Kopf schießen ja ja ich hab hier gerade so ne Meute übersehen ja immer so dass gelblich wird schon klar er holt ja die mitten drin oh Kevin halb durch 7 Sekunden 3 bin wieder ready nein ja das ist blöd ich hab versucht an den Sperr ranzukommen bin genau in der roten Kugel drin gestorben achso jetzt muss ich remmen die Hexen haben halt auch immer ihr Schild da brauche ich erstmal ein ganzes Magazin zum durchkommen soll ich vielleicht ulten einfach dann hätte ich mal besser geultet man ich sammle immer den Sperr auf und dann nicht ja gut lass halt mal die Sperr einfach weg und versuch zu clearn ja mit dem Sperr wärs halt dann so ja ich weiß aber wenn du nicht in den Rand kommst der jetzt stirbt dann können wir von vorne anfangen aber ja 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 wir liegen glaube ich hinter einer Mauer lord hat schwere munnen fallen lassen da drüben Die hole ich mir Eine Hexe weg Beide Hexen weg Jawoll Die Hexen, die waren das Problem Boah, shit Gavin, du darfst sie nicht überfahren lassen Ich habe mich einfach von hinten mitgenommen Ich habe sie gesehen Oh no Der Speer ist online und bereit Wollte den Speern, knall den rein Oh, ich nehme ihn Oh No Komm schon runter 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 Oh, ich nehme ihn Oh Oh Nein, das ist der nicht. Wieso ist der jetzt immun? Toll, jetzt hatte ich zwei Speere. In zwei Sekunden lebe ich wieder, dann müssen wir die Kammer finishen, glaube ich. Aber auch Ult. Ich wusste, dass du es schaffst, Hütern. Du hast Rasputin und Mars gerettet. Wie geil es aus, wenn er dich überfahren hat. Ey, ich bin auf der Schlange drauf. Ich auch. Oh, jetzt falle ich durch. Lüt, 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 lüt. Genau, Meilenstein aktualisiert. Hat jetzt noch lange genug gedauert. Aber echt.